So, und wieder geht es weiter zurück ins Wüstendorf. Ja, wenn ja noch. Mann, du dreckiger Bastard. Alter, ist klatscht gleich. Dieses dreckige Viehzeug hier, ey, das ist doch nicht zum aushalten hier. Das war's. Das war's, aber es ist so schön. Und das war's. So, ich bin auf der Erde. Das ist doch schön. Jetzt kann ich wegen dem Hirni gleich wieder neu anpflanzen hier nochmal. 13 mal Samen. Okay, einmal haben wir nicht, ist egal. Ach, lassen wir mal so. Wir nehmen uns nochmal zwei Stacks mit. Okay, das reicht. Das reicht. Mal sehen, ob wir den Typen von Anfang an finden. So ein bisschen weiter hinten. Hier unten könnte man auch nochmal in die Mine gehen. Ja, sehr schlau. Ganz schlau. So, wo ist der? Wo ist der? Ja, dumme Schafe blökt nicht so viel rum. Das kommt ja alle in den Kochtopf. Sind alle gegessen. So, der müsste hier hinten irgendwo rumgrauen, der Typ. Na, wo ist der da unten? Ja, komm. Ach du, das Papier du. 38 durch 13, 13. Das wird nichts. Wo ist der andere? Wo ist der andere Typ hin? Da oben? Da oben? Oder wo? Ja, wo bist du? Halt da, wo bist du? Hier. Jawoll. Jawoll. 20 mal Steine. Obwohl, das ist... Ach, war ein Scheiß-Deal. Ähm. 20 mal. Ähm. 20 mal. Ehm, 25 mal. Eins Mal. Eins, zwei, drei, jeden? Kommt... Ja. Aus. Ich habe... Diese haben oder? osteutsch. Jawoll. Ok, jetzt ja, oh, Antisit, Smarazzo, verlierter Diorit, hmm, ne, ok, lass mal, lass mal, haben wir nicht hier irgendwo noch was, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Ziegelsteine und können die eigentlich auch zu, ne, da ist nix gescheits, da ist nix gescheits, ähm, soll ich nochmal loslaufen und was wohl, und ein bisschen Ton holen, jetzt ist der Dude ja auch da, oder, was kann man hier machen, reparieren und entzaubern, ok, ich hab sowieso Kenia gesehen, meins, tut mir leid, ach, da ist ja noch immer, äh, soll sie nicht so haben, oder, wann, hat der nicht hier noch irgendwas in der, ne, ne, ok, gut, wir gehen mal wieder zurück, Oh, da wollen wir hier drüben nochmal rein, in die Höhle, also, ja, also, hier waren wir schon drinnen, wie es aussieht, da machen wir nochmal eine Fackel hin, damit hier nix spawnen kann, Höhe 68, ne, das bringt keine Punkte, das bringt überhaupt keine Punkte, gar nicht hier irgendwo, war doch noch ein Loch hier irgendwo, ja, fast in die Hose gegangen, aber nur fast, so, So, also nochmal ganz kurz entschlossen, ein kleines Höhlenabenteuer, wie ihr sehen könnt. Hier unten gibt es noch ein bisschen Kohle und nix, außer ein bisschen Eisen, Höhe 58, naja, gut. Okay, stellt man sich bloß den Kopf hier an. Ja, hier ist noch Eisen, hole ich das jetzt raus, nee, ach, erstmal jetzt drinnen. Also, hier ist nix. Machen wir hier auch noch ein bisschen Licht hier unten im Tunnel. Da kann man hier ein bisschen wechselseitig Licht machen. So, machen wir mal da noch ein bisschen Licht und da ein bisschen Licht hin. So, hier kommt mal dort noch Licht hin und hier noch ein bisschen Licht. Da Licht, da Licht. Ah, das ist schön. Hm, Stick this, haben wir noch. So, da haben wir den Kindergarten auch erstmal nach Hause geschickt. Hm, 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 hm. Sonst, jetzt heißt es ja taktisch vorgehen. Okay, hier ist nix. Gut, wieder zurück. Da kommt man raus. Okay, hat sich erledigt mit der Höhle. Ähm, machen wir trotzdem noch ein bisschen Licht ran hier. So, da könnte man raus. Da könnte man raus. Auch raus. Und satt raus. Da könnte man. Da könnte man raus. Da könnte man raus. Weil es ist nämlich Nacht. Na ja, kommt noch her. Und satt raus. Ich höre erst reicheln. Ich höre erst, dass ich den Schmuck und den Schmuck und den Schmuck und den Schmuck und den Schmuck. Eigentlich bin ich total behämmert, oder was? Das ist auch noch weiß, oder? Ach nee, es war so drin, okay. Na, spinni. So, ich sehe den Ender-Man. Wo ist er, der Tom-Zombie? Da ist er, der Tom-Zombie. Ender-Man, wo bist du? Ja, das ist ganz gezählt. Soll ich das fallen lassen? Das tun wir Ender-Man. Natürlich nicht. Da ist noch eine Zeit da. Soll ich das? 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 Oh, ich hab mir da noch einen Tricks in, oh mein... ich krieg dich sauer ich kriege ich aber erst mal ich will mal den schlechthin hier drüben wir haben mit eisen oder mit ok so jetzt ist du völlig ändern jetzt bist du ich will das gut aussammeln dann machen wir dieser mit der folge wieder schlusshalte ich bin da blöd ich hätte doch noch mal was mitnehmen können so fix 1,2,3,6, pass, stop, ok das kommt wir schaffen erstmal das ist ja weg so und zwar halt kommt ach eben halt noch gebraucht ok so das kommt dort rein weizen kommt dort rein wir haben Steak können wir fördern so Stein Siegbruchstein ähm Cola erstmal rausnehmen so jetzt legen so Eier mit hin so das dann haben wir oder war das hier ach ich vergesse es immer wieder hier war es nicht ich glaube hier war es nein ah wo war das den hier schluss oh die 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 bei den blöden Händler da war nichts nein 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 nö nicht wirklich nö 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 ist So, den Stand da rein, und da kommt das TNT dort hin, das Schwarzpulver daneben, genau. So, fix nach unten, da, genau, ach, das muss oben rein, da draußen machen, oder auch nicht, oder wir machen Knochenmehl draus. Wir machen Knochenmehl draus, über den Kompost. So, da haben wir Platz 3, was da rein, geht das auch, ja, das geht genauso, cool, das ist ja geil, das ist ja genial. Ja, genau, das können wir mal fix hier mit reinpacken, die Knochen, können wir mal da mit reinpacken. Genau, so. Und jetzt im Schritt rüber ins Dorf wird schlafen. Und dann ist die Folge schon wieder viel zu lang geworden. Ja, ich glaube, ich peddle mich wohl so oft eine halbe Stunde ein, wie es aussieht. Was wir natürlich noch machen könnten, war ein paar Kühe töten, wenn wir welche sehen, oder welche mitnehmen. Da drüben ist eine... Ah, ich hole mal fix hier. So, ich pflanze euch das gleich mal wieder zu hier. Na, ich bin ja kein Unmensch. Na. So. Du dämlicher Typ, wo bist du? Steinsäger. Ah, kommst du wohl her, kommst du wohl. Genau, komm her, du Bastard. Komm her. Ja, ich bin ja. Und jetzt lass uns das so jade. Ja. Und jetzt schlafen wir mal. Und dann haben wir mal ein paar Tage, die Blatt. Mmm. Oh. Oh. Mmm. Oh. 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 Ja, das ist gut. 40 Ziegelsteine habe ich schon, meine Güte. Was war das jetzt? Ist der schon ein abgestiegen, der Klon, oder was? Wo bist du? Komm her! Wo ist dieser Typ eigentlich? Ich breche mal hier ein. Komm raus, zeig dich. So. Na kommst du, handelst du doch? Ne, du bist Farmer? So, oder was? Ey, abhauen ist nicht. Ich finde euch sowieso. Ach, der wollte Papierdarm-Wixer, okay. Okay. Und damit ist erstmal die Folge wieder zu Ende.